Ja, an die Ankunft erinnere ich mich sehr gut, weil sie war schon außergewöhnlich. Das Gelände um das Fahrhaus herum bestand aus diesem Fahrhaus, ein Riesenhaus mit vielen, vielen Gästezimmern, wo meine Großeltern auch immer die ganzen Familien, die zu Besuch kamen, in der Regel unterbringen konnten. Es bestand aus einem weiteren Nebengebäude, darin war die Waschküche und der Konfirmantensaal und ein Dachboden, ein großer geräumiger Dachboden. Und dann stand auf dem Grundstück noch eine riesige Scheune, in der brachten umliegende Bauern ihr Heu und ihr Stroh unter und auf der Tenne dann im Winter die Gerätschaften. Und die stand auch noch zu der Zeit. Und als wir ankamen auf dem Pfarrhof, kam uns die Schwester meines Vaters entgegen und war furchtbar erschüttert. Aber sie sagte also nur, ach du lieber Gott, jetzt kommt ihr auch noch. Worüber meine Mutter natürlich ziemlich sauer war, ziemlich böse war, weil sie sagte, wenn der einzige Sohn mit der Familie nach so einem Krieg und solchen wirren Heil- und Wohlbehalten nach Hause kommt, dann sollte man eigentlich erwarten, anders begrüßt zu werden. Bis wir dann erfuhren, dass auf dem Pfarrhaus und dem dazugehörigen Gelände zu dem Zeitpunkt 115 Flüchtlinge untergebracht waren. Und zur Versorgung für diese 115 Menschen stand eine Pumpe auf dem Hof zur Verfügung. Das war die gesamte Wasserversorgung. Das war vorher für das Pfarrhaus natürlich nie ein Problem gewesen, aber jetzt mit diesen Unmassen von Menschen, das so hatte zu der Zeit ungefähr normal 3000 oder knapp über 3000 Einwohner. Und es waren zu dem Zeitpunkt über 15.000 Flüchtlinge in dem Ort und der Umgebung untergebracht, die ja zum Teil auch noch weiterzogen, die also nur durchzogen, aber zum Teil natürlich auch da bleiben wollten, wo sie gerade mal Fuß gefasst hatten. Was für ein Bild hat sich Ihnen denn geboten mit den Flüchtlingen? Ja, das war eben nur ein Riesengedränge überall. Egal wo man ging und stand, ob man zum Kaufmann ging oder ob man durch die Straßen wanderte, es war alles voll und belebt und Massen von Menschen unterwegs, so wie man das eigentlich aus früheren Aufenthalten in das so überhaupt nicht kannte. Also es war auch die Versorgungslage natürlich ziemlich schwierig, aber das ist ja in anderen Regionen genauso gewesen. Da wo die Flüchtlingsströme durchzogen oder am Ende sich sogar niederließen, da war die Situation ja immer dieselbe. Also das unterschied sich nicht so sehr. Wir haben dann auch in der Folgezeit eine Typhus-Epidemie durchstehen müssen und andere Schwierigkeiten, wie sie überall und allen Ortes vorgekommen sind, da wo Flüchtlingszüge durchzogen. Aber das war ja immer noch harmlos gegenüber den vielen Flüchtlingen, die auf der Flucht umgekommen sind und das sind ja Tausende.